Ich repete, Herr Müller, ich wiederhole. Ein Kilogramm Kartoffeln, ein Liter Milch, drei Eile, 90 Gramm Butter, Salz und... Und... Muskatnuss! Muskatnuss, Herr Müller! Die Origanti? Wenn Sie verständen, Herr Müller? Ja. Auf Wiedersehen, Herr Müller. Na, das ist doch wunderbar! Aber da drinnen reifen Ideen, die man ihm gar nicht zutraut. Oh, 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 oh! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020